Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Normalität. Das Thema Normalität ist allerdings derart umfangreich, dass ich es in mehreren Videos behandle. Heute seht ihr das zweite Video, um zu definieren, was normal und was unnormal ist oder sein sollte. Vieles, was bereits als normal angesehen wird, sollte, tiefer mit einem gesunden Menschenverstand darüber nachgedacht, nicht normal sein. Seht auch das Video zum Thema Normalität von der letzten Woche. Das Video verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Eine Sache, die mittlerweile nicht mehr normal ist, aber als gegeben hingenommen wird, ist, dass ein Alleinverdiener mit einem Einkommen nicht mehr in der Lage ist, eine mehrköpfige Familie zu ernähren. Bevor die europäische Einheitswährung, der Euro, in Deutschland eingeführt wurde, war dieses durchaus Normalität in unserem Land. Unnormal ist es und sollte es auch angesehen werden, wenn in einem reichen Land wie Deutschland mehrere in einem Haushalt lebende Familienangehörige mehrere Anstellungen benötigen, um überhaupt genug zu essen auf dem Tisch zu haben. Ein Video zum Thema Arbeit und Soziales findest du oben unter dem i. Demnach sollte es auch normal sein, dass jedes Land ein Zahlungsmittel verwendet, welches der eigenen Wirtschaftskraft entspricht. Es ist unnormal, dass gegen die eigene Wirtschaftskraft auf eine eigene nationale Währung verzichtet wird und auf eine Währung zurückgegriffen wird, die in letzter Konsequenz andere Länder in den Staatsbankrott führt. Starke Länder müssen die Möglichkeit haben, ihre Währung aufzuwerten. Schwache Länder müssen abwerten können. Diese fehlende Möglichkeit macht den Euro zu einem schädlichen Konstrukt. Reiche Länder profitieren am Euro nur durch die Ausbeutung der Schwachen. Normal ist es, dass man innerhalb Europa gute Beziehungen zu seinen Nachbarn hält. Normal ist es, dass jedes Land auf dem europäischen Kontinent über das eigene Land freie Entscheidungen treffen kann. Normal ist es auch, dass sich Nachbarn im Rahmen der Verhältnismäßigkeit auch gegenseitig unterstützen. Unnormal hingegen ist es, ein Kontinent zu einem Land vereinen zu wollen. Unnormal ist, dass weit entfernte Regierungen Entscheidungen für fremde Länder treffen. Unnormal sind Vereinigte Staaten von Europa. Ein Video zum Thema Europa und EU verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Der Euro wurde damals gegen den Willen der Bevölkerung eingeführt. Dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl war dieses bekannt. Er sagte selber, wenn er das deutsche Volk gefragt hätte, ob die deutsche Mark beibehalten werden soll oder ob der Euro eingeführt werden soll, dass es den Euro in Deutschland nie gegeben hätte. Für solche Entscheidungen gegen den Willen der Bevölkerung gibt es zahlreiche Beispiele. Normal in einem demokratischen Staat sollte es sein, dass die deutsche Bevölkerung bei wesentlichen in das Leben eingreifenden politischen Aktionen und Gesetzbildungen gefragt werden. Unnormal hingegen ist es, dass es sich etabliert hat, dass der Bürger nur Parteien und Kandidaten wählt, aber auf Bundesebene nicht über Inhalt abstimmen darf. Ein Video zum Thema direkte Demokratie findest du oben unter dem i. Ein Video zum Thema Geld und Bank verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Jetzt ist es so, dass ohne direkte Demokratie nur Parteien und Kandidaten durch den Bürger gewählt werden. Auch wenn eine Demokratie ohne Volksabstimmungen unvollständig und somit unnormal ist, so ist die Repräsentanz durch Parteien und Volksvertreter nichts Schlechtes. Selbst wenn das Volk in einer Abstimmung etwas beschließt, muss jemand da sein, der das Beschlossene umsetzt. Parteien sind in einer Demokratie etwas Normales. Ein Video zum Parteiensystem findest du oben unter dem i. Wenn man sich die Landtage und den Bundestag ansieht, so stellt man fest, dass diese Parlamente immer größer werden. Die normale Größe der Parlamente wird schon seit Jahrzehnten nicht mehr eingehalten. Der Grund sind Ausgleichs- und Übergangsmandate. Parteien, die an Direktmandaten profitieren, sind nicht willens, diesbezüglich das Wahlsystem zur Einhaltung der Normalität zu ändern. Lieber wird aus Steuergeldern weiter kassiert und der unnormale Zustand bleibt bestehen. Ein Video zum Thema Wahlsystem findest du oben unter dem i. Ein Video mit dem Thema Politikergehälter verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Normal ist glücklicherweise, dass die Wahlentscheidungen von Personen getroffen werden, die auch ein gewisses Alter und somit eine gewisse Lebenserfahrung mitbringen. Das Wahlalter herabzusetzen, würde uns in einen unnormalen Zustand versetzen. Wie soll jemand eine gute Entscheidung in unser aller Sinne treffen, wenn die Entscheidung durch ideologisch leicht beeinflussbare und naive Wähler getroffen werden? Im Rahmen von direkter Demokratie, wenn es um Themen von Jugendlichen geht, wären entsprechende Möglichkeiten zu schaffen. Aber in der komplexen Wahlentscheidung der Parlamente ist das Wählen von unter 18 Jahren unnormal. Das gesamte politische Spektrum wird mit Steuergeldern bezahlt. Es ist absolut normal, dass Staaten Steuern erheben. Unnormal hingegen ist, dass auch bei Steuerüberschüssen der Bürger nicht entlastet wird. Auch hier sollte ein Normalzustand hergestellt werden. Ebenso unnormal ist anzusehen, dass Steuerverschwendung nicht mindestens genauso geahndet wird wie Steuerhinterziehung. Ein Video zum Thema Steuern findet ihr oben unter dem i. Neben den bisherigen Inhalten gibt es noch viele andere Themen, die im Lichte der Normalität betrachtet werden sollten. Dafür geht es nächste Woche weiter mit dem dritten Video zum Thema Normalität. Unten in der Videobeschreibung ist der Link zum ersten Video. Aber wie seht ihr das? Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr andere Ansichten seid. Ich würde mich freuen, mit euch über dieses Thema diskutieren zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram oder Twitter folgen. Euer Jörg Wenn ihr das Video bis hierhin verfolgt habt, werden euch die angebotenen Videos sicher sehr gefallen. Schaut auch gerne in die Playlist, wo ihr viele weitere Videos findet, um drüber nachzudenken. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.